Musik Joho, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Happy Wheels! Glückliche Reifen sind wieder am Stissel und 45 Level sind inzwischen in unserer Zone angelangt Und wir fangen heute von oben an Ja, und ich will einfach mal völlig... Ach, ich will nicht random kommen, ich spiele heute einfach mal jedes Level, das mir in die Finger kommt Wir fangen an mit Kedos, rette Amadeus von Argus LPs Das ist das neueste Level Und wenn ich Amadeus retten soll, dann kann ich ja nicht mit jemandem spielen, wo Amadeus schon da ist Deswegen rettet das Paar SK und dann R drücken für einen schnellen Level Neustart Das habe ich schon in den letzten Folgen hinbekommen, aber danke für die... Oh mein Gott, Walte will Amadeus töten Ich vermute mal, hier brauche ich einen anderen Charakter als die... Als die zwei Rumhüpfer So, ich nehme mal den da Ne, nicht den... Nicht den Segway-Guy, Mann Den Pogo-Stick-Guy Wo ist er denn? Hier, zack Hussah Okay, das haben wir noch ganz... Das haben wir noch ganz gut Das ist ja wohl... Also das ist ja wohl eine Fahrsson dergleichen hier Das ist ja... Da kriege ich ja gleich schon wieder... So, ich... So, ich... So, ich... Mach's jetzt mal lässig Mach's jetzt... Mach's lässig Er will's nicht lässig machen So, das ist... Das ist ja wohl... Das ist ja wohl ein Witz Ein Witzige... So, ja, wie eine Raupe Dort ist Amadeus Amadeus! Amadeus! Oh, Amadeus! Die haben wir... Die haben wir... Oh, okay, okay, okay Amadeus! Amadeus! Oh, Walter Was tust du zu meinem Sohn an? Amadeus! 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 Mein Sohn! Amadeus! 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 Oh, da liegt... Da guck ich dir an! Amadeus! Oh Gott! Wer würde denn sowas tun? Was ist das für ein... Grausames Level? Was ist denn los mit dir heute? Lass dich doch nicht immer so anal von diesen Dingen... Vergewaltigen! Oder voll in Pipi, Mann, ist auch keine gute Idee Das ist echt ein schwieriges Level hier, ey Ja, das haben wir jetzt mal wieder ein bisschen... Besser gemacht als vorher Eins, zwei, drei Und... Hoppidi Komm jetzt! Komm durch! Ist ja wohl... Ist ja wohl... Echt, das ist ja wohl lächerlich Das ist ja wohl... Das ist ja wohl komplett lächerlich, was du... Und dann macht er sowas, ja? Ist sowas... Ist sowas ein Vorbild? Frag ich dich da? Hm? Oh, bei dem Level werde ich schneiden müssen ohne Ende Weil ich es einfach nicht auf die Kette bekomme Und er immer wieder diesen blöden Stahlspitzen-Schlangenseil-Scheißdreck-Dings-Da-Booms-Da-In-Den-Hals-Und-O-In-Den-Hintern-Bekommt Hashtag Damenspiegelung 2014 Oh! Ich glaube, der steht da drauf Leute, ich sag's euch ganz ehrlich Ich glaube, der findet das geil Ja? Ich glaube, der wird davon ganz kräftig erregt Ganz kräftig Und jetzt... Das Schlimme ist, du kannst ja nicht mal in Happy Wheels sagen Jetzt konzentriere ich mich mal Weil das ja eher Weniger mit spielerischem Skill alles Das hing mit spielerischem Skill zusammen Aber es bringt mich nicht auf die Palme Ich bin entspannt, Leute Ich habe die 500 Wege des Kamasutras gelernt Mich bringt sowas nicht auf die Palme Ich bin entspannt Ich bin wirklich... Ich bin mit mir selbst im Reihen Und finde das auch super, dass wir eine Episode Nur mit einem Level verbringen Ich finde, das macht am... Macht am meisten Spaß, ja? Und ich finde, das ist auch gar nicht nötig Mehrere Levels zu haben Und mal eins irgendwie zu schaffen Nee, das ist gar nicht nötig Man muss einfach immer wieder reinspringen Und immer wieder von Neum von Weite Und seinem perfiden Plan getötet werden Okay, sein Fuß ist weg Sein Kopf auch Sein Kopf ist an seinem Schniedelwutz Mami, Mami, Mami Du, ja, da ist wieder... Ja, da ist wieder... Ja Ja, der Kopf ist am Schniedelwutz Mhm Ja, ja, ja Den Notarzt Ich rufe den Notarzt an Ja, hallo Ja, ich möchte ein Schniedelwutzerus Kopferitis melden Mhm 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 Direkte Amputation, sagen sie Ja, alles klar Super, dankeschön Ja, für die freundliche Hilfe Super, danke Ja Wie, Petrit hat auch den Kopf An seinem Schniedelwutz Ach so, das ist ja ein Ding Ja Ja, gebe ich ihm den Rat Gebe ich ihm Dankeschön Vielen Dank Freundlich sind die Von Von der Notaufnahme Für Schniedelunfälle Freundlich Oh Oh, was ein Was ein Skillmove Ey, kein einziges Mal getroffen worden Das Ich hab das gerade im Gespür drin Dass das nicht der Sieg wird Das ist ja wohl echt, Leute Ey, ich krieg Ich krieg Krieg hier Krieg hier Krieg hier die Kretze Ich krieg hier Das wird ein Die Folge wird nicht Nicht mehr als dieses Level enthalten Weil Weil einfach für nicht mehr Platz ist Ich bin ruhig, Leute Ey, wirklich Also ohne Witz Ich bin Ich bin nach wie vor entspannt Ich schweige zwar gerade eigentlich Nur noch die Hälfte der Aufnahme Aber ich bin entspannt Ganz ehrlich Alles Alles easy Ich meine Es ist ja auch nur ein Spiel Ja, warum sollte mich das aufregen Es ist nur ein Spiel Nur ein Spiel Alles Alles easy Guckt euch das an Wie viel Spaß das macht Ja Wie viel Freude es mir bereitet Wie viel Ja, wie viel Wie, 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 wie Was für ein gutes Was für ein gutes Tolles Schönes Level Mir hier eingereicht wurde Es ist einfach genial Ich spring jetzt einfach mal einmal hoch So Ich glaube es muss man skillmäßig regeln Bis die keine Pfeile mehr haben Digga Ja, 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 ja Bitte, bitte, bitte Geh rüber Geh rüber Geh rüber Geh doch einfach rüber Oh Mann Und schon wieder in den Hintern Guckt euch das mal an Was das für ein Scheiß ist Allein auch die ganze Steuerung Von diesem Blöden Wichstitel Namens Happy Wheels Ey Das ist doch echt Also guckt euch Jedes Mal fällt er von Anfang an hin Ja Dann werde ich hier immer erschossen Und jedes Mal vom Neuen geht es in meinen Hintern Ich krieg das Kotzen Ich will das jetzt mal schaffen So, du hast ein Pfeil in deinem Hintern Dann geht es dir wahrscheinlich Besser als sonst, oder? Super Applaus Lass du dich mal wieder hinfallen Lass du bist ein ganz toller Typ Ey Meine Fresse Die Mädels müssen ja auf dich fliegen Oh Mann Ist das ein Kotzbrocken Dieses Level Ich probiere das jetzt mit einem anderen Charakter Das ist mir jetzt echt scheißegal Ey Der Weihnachtsmann Ja, Weihnachten fällt aus Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt Aber ist so Oh Holy Macaroni Ich will dieses Level schaffen Ich werde Diese Aufnahme Nee Ich Freunde Freunde Lernt das Kamasutra Und bleibt ruhig In eurer Vagina Das ist doch Ey Ich weiß nicht, wie man Wie man sowas programmieren kann Und das auf den Menschen loslassen kann Also ich Das ist Gut Gut, das habe ich mal Ja, klasse Das ist jetzt ganz toll Das ist so Super Jetzt Jetzt ist mal was von mir im Ziel Und es gilt trotzdem immer noch nicht Ja Ja, ja Das ist es Das ist es Leute, das ist es Das ist es Ich bin noch am Leben Ich habe alle Fallen ausgelöst Das ist es Jetzt muss ich bloß Jetzt darf ich bloß nicht getroffen werden Von der Von der Dingkugel Von der Von der Ihr wisst schon was Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon Ja Amadeus Ich habe Amadeus gerettet Ich habe es geschafft Argos LPs Wie konntest du mir das antun Mann Ich brauche danach acht Jahre psychiatrische Behandlung Dieses Video ist nur ein Level Ja Nur ein Level Und dieses eine Level Hat mich zur Verzweiflung gebracht Es hat mich einfach zur Verzweiflung gebracht Aber das ist okay Das ist vollkommen okay, Mann Ich bin damit vollkommen okay Ich bin damit vollkommen okay Vollkommen okay Hallo Nochmal geht es in Koma